Die besten JBL-Innerkopfhörer Bluetooth, eine Übersicht Ich habe mir vor kurzem die JBL Wave 200TWS True Wireless In-Ear Bluetooth-Kopfhörer in schwarz gekauft und bin begeistert. Sie sind sehr bequem und passen perfekt in meine Ohren. Ich kann sie über Bluetooth verbinden und meine Lieblingsmusik bis zu 20 Stunden ohne Unterbrechung hören. Außerdem haben sie ein integriertes Mikrofon, sodass ich auch Anrufe tätigen kann. Das Ladecase ist auch sehr praktisch, sodass ich meine Kopfhörer jederzeit und überall aufladen kann. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die JBL Wave 200TWS True Wireless In-Ear Bluetooth-Kopfhörer nur empfehlen. Ich bin begeistert von den JBL TUN 230NC-TWS-Kopfhörern. Wenn sie in meinen Ohren sitzen. Der Klang ist kristallklar und die Noise-Canceling-Funktion ist einfach unglaublich. Es ist auch toll, dass sie wasserdicht sind, sodass ich sie auch beim Sport tragen kann. Mit bis zu 40 Stunden Musikwiedergabe sind sie auch sehr langlebig. Ich kann diese Kopfhörer wirklich jedem empfehlen. Ich habe die JBL Wave Beam in ihr Ohrhörer gekauft und bin sehr zufrieden. Sie sind sehr komfortabel und passen perfekt in meine Ohren. Ich liebe die IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit, die sicherstellt, dass ich sie auch beim Sport oder bei schlechtem Wetter benutzen kann. Die Freisprechfunktion ist ein großer Pluspunkt und die 32 Stunden Akkulaufzeit sind einfach unglaublich. Ich liebe auch die weiße Farbe und das Design. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die JBL Wave Beam in ihr Ohrhörer nur empfehlen. Ich bin begeistert von den JBL Tune 130 Nc-TWS in ihr Kopfhörern. Sie sind sehr komfortabel und passen sich perfekt an meine Ohren an. Der Klang ist unglaublich klar und der Bass ist sehr kraftvoll. Ich liebe auch die Noise-Canceling-Funktion, die meine Musikerfahrung noch besser macht. Die Akkulaufzeit ist auch erstaunlich, sie können bis zu 40 Stunden Musikwiedergabe bieten. Sie sind auch wasserfest, sodass ich sie auch beim Sporten oder bei Regen tragen kann. Ich empfehle diese Kopfhörer jedem, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.